Elite-Einheiten erkennt nie an dunklen Omi-Zahlen mit speziellem Abflug. Vorsicht, sie sind gut ausgebildet. Ja, das weiß ich. Komm raus, 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 raus. Perfekt. Ach, das fällt mir auf. Ich bin ungedeckt. Du hast noch zu wechten, euch. Der Schere zu, der ist erledigt. Gut. Kanate, Deckung! Nein. Halb getiltet. Runter. Boah. Wer ist tot? Fäck dich. Runter, hier ist eine Unerdeckung! Irgendwie müssen wir auch zum Schluss immer mehr Kraft auswünschen. Das ist, ähm, naja. Wie soll ich sagen? Nichts erwünschtenswert. So. Weiterlaufen. Brücke vor! Kill ist bestätigt, verdammt! Tut mir leid. Er ist ungeschützt! Wer denn? Ich brauche hier Hilfe! Ich brauche hier Hilfe! Ah! Da wird sich was! Vorsicht, der Sandsturm kommt! Das hat uns angefiehlt! Na, da, da! Gebt mir den, Vorsicht! Aua! Nichts ohne Abfälle. Super. Hände auf dem Schiff! Aufpassen, Blutzer! Sperrt eure Augen auf! Hüft! Habt wieder einen! Werden, kommt aus der Deckung! Noch einer! Verbewegt sich einer! Nachladen! Nachladen! Wenn der Sturm sich schlägt, haben die keine Deckung! Können wir hüten sie mir! Ich fürchte, die Deckung würde ich ganze Weile anbleiben. Werden, er kommt aus der Deckung! Sauer. Kill ist bestätigt, verdammt! Ich schnapp sie dir auf und wir in kommen mir nicht zu. Wer wird sich was echt zu? Und woher wollt ihr jetzt? Höh! Ah! Boah. Komm runter, hier. Du bist ungeschützt! Ich hätte gerne, äh... Äh... Nein, die... Die P90. So, wir müssen wir hin. Ich wittert in, wir müssen von diesem Boot runter. Rücken vor! Die Frage ist hier... Das waren alle. Geht's jetzt besser? Kein bisschen. Los, finden wir Lugo. Guter Plan. Funk ihn an und sag ihm, wir kommen. You, Lugo, kommen! Adams! Adams! Oh, scheiße! Lugo, was ist los? Fuck! Ich brauche Hilfe! Die kommen her! Oh, shit! Was ist los, Lugo? Haut ab! Bleibt mir vom Leib! Zurück! Lugo, hörst du mich? Verdammt! Lugo! Ich konnte nicht mehr, Cody! Hä? Wo ist du? Wo ist du? Werde im Kuhn! Werde im Kuhn! Wir blöden Schweine! Weg! Lauf doch! Bereit machen! Ruf! Scheiße! Verschießt es! Alle zurück! Los! Komm, Lugo! Ruf mit dir! Hört ihr! Zurück! Los! Los! Zurück! Bein und Wocken! Atme, Lugo! Die wollen nicht hören! Verdammt! Atme! Wie geht's ihm? Antwort, Walker! Komm, Freund, Lugo! Atme, Lugo! Zurück! Oder ich eröffne das Feuer! Verdammt! Verdammt! Die scheiß Füchse hauen nicht ab, Walker! Wir schließen uns ein! Verdammt, Lugo! Bete bloß, dass er durchkommt! Lass mich schießen, Walker! Sir, ich erbitte Feuererlaubnis! Gib mir den Befehl! So eine Scheiße! Walker! Gib mir den Scheißbefehl! Geht! Solange ihr noch seid! Dann der Schreiner! Verschwindet endlich! Los! Schneller! Willst du diese Leute immer noch retten? Das ist unsere Stadt, nicht eure! Ich werde die auf jeden Fall nicht abschießen. Egal, ob das Spiel das verlangt oder nicht. Das werde ich nicht machen. Raus aus meinem Haus! Nichts habt ihr raus! Wir wollen euch hier nicht! Da geht's raus! Wurde auch Zeit. Recht so! Lauf zum verfluchter Feindling! Was ist das? Ich töte jetzt jeden einzelnen ihrer Männer. Und dann töte ich sie. Sergeant Lugo ist tot. Dafür gibt es keine Gnade. Es ist ihre eigene Schuld. Alles okay? Wieso? Sehe ich etwa so aus? Das mit Lugo war nicht unsere Schuld. Erzähl mir nicht, was ich schon lange weiß. Lugos Blut lebt an deinen Händen, nicht an meinen. Wir verdienen überhaupt nichts. Und? Wie wollen wir vorgehen? Wir töten alles, was sich bewegt. Klingt nach einem Plan. Näh. Überhaupt nicht. Coach Chris! Der Karte ist gefallen! Der Karte ist gefallen! Halt! 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 Ich hab!